Henry Ford Die Leute meinen, er habe Dinge revolutioniert. Hat er aber nicht. Er vergaß dabei die Menschen. Nein, der Mann, an den wir uns erinnern sollten, ist Alfred P. Sloan. Chef von General Motors und ein großer Philanthrop. Es gab einmal eine Zeit, da konnten sich die meisten Amerikaner kein Auto leisten und General Motors meinte, wir müssen ihnen das ermöglichen. Ford war das völlig egal. Er meinte, nur derjenige verdient ein Auto, der jeden Cent dafür spart. Aber Alfred P. Sloan sagte, Moment, wenn jemand sich verpflichtet, den Kaufpreis in Raten zu zahlen, dann geben wir ihm ein Auto. Damit fährt er zu einem Arbeitsplatz, wo er mehr verdient als bisher. Er benutzt also genau dieses Auto, um sein Versprechen einzulösen. So überholt der General Motors Ford. Und wurde es zum erfolgreichsten und profitabelsten Unternehmen in Amerika. So verändert man die Welt.